Was für ein Schock, Stadt Heil hielt jetzt Birkenstock. Bye-bye, Jugend, bye-bye. Ist kein Heum, kein Geschrei. Ja Leute, hier, die vier Damen, höchste Zeit. Und zwar im Schlossparkkeater, einmal vom 2. bis zum 7.1. Und dann nochmal vom 12. bis zum 17. März. Höchste Zeit, sich die Karten zu besorgen. Höchste Zeit, sich die Karten zu besorgen.